und zwar mehr auswahl romantik was gibt es noch romantik hier bitten freundin zu sein wir müssen wir möchten ja keine feste freundin das hat das ist ja nicht das ist ja nicht so gut einen kuss zu hauchen mehr auswahl romantik noch mal knuddeln bitten freundin zu sein einladen über nacht zu bleiben naja komm naja bin ja nicht so von mir aus da durchgeschafft tächtel mächtel hoffentlich geht das dann hätten wir die zweite was ist denn los mit dem spiel hier ist er krank die krebs fährt voll drauf ab und die frau redet von starbsohren vielleicht ist sie ja eine nette haushälterin ich weiß ja nicht ich meine ich sie kann also stöhnen können sie beide irgendwie was hältst du denn da von gerne blasch cool natürlich ja baby natürlich will ich dich kommen lass uns sofort loslegen wenn wir schon davon gesprochen haben ja was ist denn los mit dem ist das ja echt krass wie krank das spiel also wow das outfit ich habe das spiel noch mal durchgeschafft bei king gags die frauen aus ich hoffe mal dass diese musik nicht getaggt wird damit es auf youtube zu sehen ist leute eine stunde eine minute und zweimal das spiel durchgeschafft hier aber nina oder whitey sorry ich habe leider keine blaue noch da aber für dich finde ich auch eine blaue frau wenn ich kreieren wir einfach eine das ist so ein lieblingsspiel ach die will jetzt auch übernacht bleiben geht es ist ja doof ich meine ist ja toll sehr super genau wenn frau schläfste immer ach so stehen es beide wieder auch oder was krexel jetzt kannst du zwei mal verlosen kippo die ex-länder mit machen nein 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 ich möchte ich möchte das buch hier aufheben und das buch lesen weg liegen und dann möchte ich natürlich ja geht die ex-länder sein das ist halt so ja klar das eine mit euch zu interagieren zu steuern streamen und spaß zu haben ist so ist so also nichts anderes das ist ja nur so neben die tätigkeit nebenbei wenn sie übernacht hat sie hat einfach umgegst das ist aber schon krass grün akzeptiere ich auch okay schauen wir mal was möglich ist du meinst so eine oga frau war so eine oga frau so schon was sie das hat sie eigentlich vor ich muss man auch hier so recht für die kleinen mit dem kleid und so mit sich in das anzumachen jetzt er hat ja ein naher wie warst du so für dich also ich fand es ganz okay aber mit einer lübe das viel einfacher gewesen ist wissen das Ding mehr viel länger gewesen ich weiß nicht was hast du gespielt hast also möchtest du dich denn hinsetzen wie du möchtest reden sind jetzt es bringt sie essen die stelle spazisch die da das ist wunderbar nicht die macht kein ärgerliche dort da macht keine probleme grüße aber aber möchtest du noch essen für uns zwei wenn ich das essen auch in der pfanne auf schau mal wie verliebt sind die kleine nicht die süße sie ist noch braunig aber noch mal geht nicht oder warte mal händeküssen machen wir das mal handy küssen hier noch mal handy küssen rose an nein es war noch mal scheiße ich hab's verpasst es stand noch mal ähm geckselmächtel verdammt ein kuss hier steht es noch mal ach du kacke was ist denn da los hier was ist denn da los hier andere naschen Keksegags vernascht Frau wirft sie raus und hol die nein so sind wir jetzt nicht das haben wir schon es sind sie über Panzer irgendwas stimmt mit ihr nicht küsse blutig handy handy küssen ja oh ja meines war es so interessant was hältst du denn von von round to fight jawoll jetzt kommt da bestimmt ein flawless victory fatality und klappe action yes hier wieder hula hoop und so und hier über spiegel reden und ganz ganz viele sachen also das ist ja echt knuffig also die schauen jetzt gemeinsam einen film und amüsieren sich der film ist romantisch deswegen so viele herzen und das ist echt was passiert wenn die leiste voll ist keine ahnung dann fällt sie vielleicht tot um kein plan hier ja die dritte verlose bis nachher so ich muss jetzt fertig machen reißt die blaue grüne frau auch bevor ich drücke und alles klar nina guten appetit dir und bis nachher dann lass es dir schmecken denn vielleicht müssen wir ja so eine frau erstmal kreieren mit grün oder blau so gut also ich mein schau mal kann man die auch wieder bitten zu gehen händchen halten verführerisch flüstern schauen wir mal wie das geht verführerisch flüstern leidenschaftlich küssen können wir auch machen wie nochmal nee komm das geht jetzt nicht was ist denn los mit dem spiel ging das bei sims 3 nicht nur dass man nur einmal am tag konnte oder wie ich habe das nicht so lange gespielt ich wollte doch kein leiherkasten hier aufmachen also bestimmt werden die frauen des sims auch mit schwanger dann kriegst du ein paar dutzend Kinder meinst du schwarz weiß blaue künne Kinder Danke viel Spaß, ich schicke dir gedanklich ne Pizza, yay! Was, Hushwabi? No! Are you kidding me? Also, ich weiß ja nicht Alter Moin Gags, alles klar bei dir? Hey Bossman, ja, wir haben hier etwas Spaß Also, wir haben Spaß, diese Sims haben Spaß beim Fernschauen Sich beim unterhalten Und keinen Körper kontakt und sowas Ich hoffe bei dir auch Ja, grüne Kinder sind super, du Schwabi Wie soll ich den Upload bei Youtube nennen hier? Pornoralle oder was? Was? Was ein Durchhaltervermögen Na, eher nicht, die bleibt jetzt da Die pennt jetzt rein, lass mal die schlafen Was macht die denn jetzt? Was macht denn so eine typische sexy Frau, nachdem sie Fernseher geschaut hat und schöne romantische Filme erlebt hat Freut mich das alles bestens ist, hier auch, so weit, so gut Okay, sie chattet mit einem anderen Schau, das da, das dachte ich mir Sie macht, sie macht Liebe mit Uschi Gags und Chat mit einem, hat sich sofort eine Telefonnummer geholt und ruft jemand anders an Also, dann sagt sie, ich bin schlimm, die ist viel schlimmer Jetzt mal, noch näher kann man nicht heranzoomen, gell? Aber ist schön, ja Also, unsere nächste Aufgabe, nachdem wir uns jetzt wirklich vergnügt haben Nenne ich das jetzt einfach mal so Besteht darin, Konzentration bei 2 Stunden Videospielen am Stück aufrechterhalten Aber, ob wir uns noch konzentrieren können, nach diesem ganzen Abenteuern hier Das, das weiß ich nicht, das verstehe ich nicht hier Mal gucken So Also, dann, schauen Also, wir pennen, was ist denn, da steht auf dem Also, Blase ist wieder sehr schwach, Hunger haben wir auch Aber ist ja kein Plan Äh, ist ja kein Ist ja kein Ist ja ganz klar, wir haben uns wirklich ausgepowert Sie benutzt dich nur Das ist okay, das ist okay So kenne ich das Das ist ja wirklich Das ist ja realistischer, als ich dachte, das Spiel hier Da hat Gags nichts dagegen Ja, eigentlich eh nicht Ich hab ja, es gibt ja hier Gibt ja noch die, die Bella und die Was, wie heißt das? Die andere? Lea Gibt ja noch ganz, ganz viele hier Jetzt räumst du noch Noch Gags, kommt wohl leer Ja, wenn's da was zum Räumen gibt Jetzt schaut sie fern Wir haben ja 17.000, äh Haushaltskasse nennt sich das ja hier 17.000 Haushaltskasse haben wir Sehr unwohl fühlt sich die Ja, dann gehen wir doch aufs Klo Jetzt geh mal Pipi machen Geh Pipi machen Duschen kannst du auch mal schnell Kann man die anderen mit in die Dusche nehmen? Nee, oder? Duschen Kann man auch schnell Schau, schau, schau dich sie an hier Ui, 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 ui Die andere denkt sich auch, was ist denn los, ey, was passiert denn hier? Ja, wäh Hier, nach Stiefel und so stinkt das ganze hier Dann tun wir uns dann direkt die Zähne putzen und dann die Hände waschen Machen wir auch nochmal So Machen wir schneller Damit sie Was macht denn die da so lang? Wäh, guck dich mal Alter. Jetzt kommt die andere, während wir hier am Klo sind oder was? Was ist denn das? Säubern. Okay, jetzt geht wieder zocken. Was haben wir denn da hinterlassen? Also, wie? Wir haben doch gespült. Schon voll die Fliegen hier. Erstmal darfst Klo. Plumst und geht vor. Auf dem Boden liegt Müll. Ja, gut. Ich dachte, dass unser Besuch mal ein bisschen hier aufräumt. Oder macht ihr das schon? Ja, dann beschwer dich nicht. Räum auf. Wozu bist du denn da? Jetzt geht ihr auf das Klo da. Nee, die putzte. Schau mal, dann müssen wir das nicht machen. Während wir duschen, putzt unsere Herzdame Nummer 2 das Klo. Ein grünes oder blaues. Wann kommen die Ars oder sind schon alle Kies weg? Nee, es ist alles noch da. Ist alles noch gut, Bossman. Wir haben jetzt angefangen zu streamen. Es kommt dann so zwischendurch mal. Also hat sie doch schon mal zwei gute Sachen gemacht. Sie hat uns Freude breit und sie hat das Klo geputzt. Was, wenn man mehr von einer Frau war? Ich finde es schon fies, aber hey, das ist ja hier alles nur Gags-TV-Show. Also, könnt ihr alles ernst nehmen, natürlich. Bella Grusel heißt die. Nee, nee, das... Oder? Doch, die heißt Bella. Du hast ja sogar einen Namen gemerkt. Wow. Das ist, du wirst ja echt sehr aufmerksamer Zuschauer. Hör mal auf zu winken. Ja, so. Du brauchst natürlich das nicht mehr putzen. Müll kannst du wegbringen. Ja, also Bossman, es kommen ja auch so generell sehr, sehr viele Verlosungen immer. Weiß nicht, wie lange du mich schon kennst oder nicht. Wir haben ja... Manchmal haben wir täglich, manchmal haben wir nur ein, zwei die Woche. Kommt immer drauf an, ob Spiele rauskommen, wie ich mir das halt leisten kann oder nicht. Aber mal mehr, mal weniger. Grillkäse fortsetzen. Die hat während des... Achso. Die hat Pause gemacht, da Bella gekommen ist, oder? Wie war das? Erstmal dann... Schau mal, die klebt doch an mir. So, okay. Jetzt geht es mal wieder zocken. Gut. Jetzt machen wir hier Frühstück um 3.40 Uhr in der Früh. Ich habe den doch nicht gemerkt. Die hat praktischerweise einen schönen Druck auf. Das ist echt praktisch, ja. Aber du, ich meine, wir sind ja... Wir sind ja... Eigentlich Ärsche. Aber wir haben ja trotzdem, wenn es ums Essen geht, können wir ja trotzdem auch sie bitten, daran teilzunehmen. Überkochen reden, mehr Auswahl, flirten. Die kann die nicht mit uns mitessen. Oder sollte ich einen Liebeskeks nehmen? Genau, nimmt sich einen Liebeskeks. Hockt sich, glaube ich, auf die Couch, oder da hier noch der Rest ist. Ja, hier ist noch kein Platz mehr. Ist kein Problem. Getrennte Essen. So fängt es immer an, direkt danach hier. So fängt es an hier. Das brauche ich dann auch, dann kennt ihr meinen Namen. Ja. Steht ja bei dir immer davor. Ach, jetzt essen die doch gemeinsam auf der Couch. Wie knuffig. Baseball. Wie findest du denn Baseball? Oh, Ben Koya. Also Baseball finde ich super schön. Aber komm, lass uns doch lieber wieder küssen. Scheiß doch aufreden. Was soll der Schmarrn hier? Ach, der hat ein Gedicht rezitiert oder sowas, ne? Oh, das gefällt dir natürlich. Wow. Aber doch, jetzt nochmal zurück zu Baseball. Baseball finde ich schon sehr toll. Bin voll der Fan. Ja, ich möchte es nur sehr gerne am Computer spielen. Echt, echt, Baseball spielen ist zu gefährlich. Wie bei einem Computer, nur zocken. Sie denkt an sich selbst. Die anderen denken immer nur ans Essen. Während sie isst, denkt sie an das Essen. Kochen wäre super toll. Usch, Saga-Sacklauf, ähnelt ja vom Gags. Aber echt, mit in der Nacht noch rauf und dann mittags mal pennen. Ja, das sag ich doch. Es ist total, es ist total realistisch, das Spiel hier. So, jetzt lass uns doch mal über Astronomie reden. Ich bin voll der Sheldon-Fan. Was hältst du denn von Astronomie-Blödsinn hier? Ach, listen, also sehr, sehr komisch, weiß nicht. Ich finde zwar Big Bang Theory gut, aber lass uns doch lieber wieder ein bisschen, hör mal auf zu reden. Ich möchte lieber Techtelmechtel mit dir. Aber nach dem Techtelmechtel wird Burger gegessen, oder? Ich liebe Burger, was hältst du denn davon? So, mehr aufstehen. Aber der hat doch schon wieder von dem Techtelmechtel, das war doch das Techtelmechtel-Herzchen da, gell? Da, Techtelmechtel, da hast du doch. Aber einfach so, instant? Also wir... Das war's. Das war's.